Einer, der eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung hat, ist einfach ein besonderer Mensch. Meine Partnerin weiss, dass ich Schizophrenie habe. Als ich acht Jahre alt war, habe ich das erste Mal selbst mal gedacht. Wieso hat er die Form? Man sieht ja so nichts. Er hat ja nichts. Er spielt Theater. Ich hatte schon keine Freude mehr im Leben. Ich kann da wieder reingehen, nicht wahr? Das ist 60, wenn es mir recht ist. Mein ganzes soziale Umfeld ist komplett weggebrochen. Ich habe immer gesagt, ich kann einen neuen Mann ohne Fremdspaar. Ich bin in der IFA und arbeite manchmal im Atelier. Ich habe kein Geld und keine Freunde. Dass ich jetzt als ETH-Ingenieur den Job mache und mich selber in den Spiegel schauen kann. Bei meiner damaligen Frau war es, glaube ich, die schlimmste Nachricht ever. Bei mir ist es gar nicht so gegangen, aber die Angestellten wussten, wenn irgendjemand gehen muss, dann steht wieder das Schicksal dahinter. Dort ist wirklich alles zusammengebrochen, was dann an die Kündigung noch gekommen ist. Einfach degradiert im Prinzip. Das kann man mir wirklich so sagen. Ich bin dort sehr gut integriert. Das ist genau das, was ich brauche. Ich habe eine eigene GmbH gegründet und bin dann auf Kundensuche gegangen, nicht mehr auf Arbeitgebersuche. Ich bin halt ein wenig anders. Irgendwann nicht, wenn sie nie gefunden ist. Das ist psychisch. Ich bin fertig. Untertitelung des ZDF, 2020